Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight und der Adapt-Challenge mit Felix. Also, ich versuch's zumindest. Mal gucken, was draus wird. Ich spiel mit drei Macs zusammen. Gut. Gut. Nachdem Dienstag das mit Kate ja nicht so gut geklappt hat, hoffe ich, dass wir diesmal erfolgreicher sind und die Adapt-Challenge auch schaffen. Und wie immer erkläre ich mal kurz die drei Talente von Felix, die denn da wären. Gebaut für die Ewigkeit. Brauche ich einen Gegenstand in dieser Runde auf, füllt er sich einmal nochmal ein bisschen auf. Quasi. Je nachdem, auf welcher Stufe ich das Talent habe, füllt er sich nochmal. Das zweite Talent... Haben wir einen Killer? Das zweite Talent von Felix heißt verzweifelte Maßnahmen für jeden verletzten, festgehakten oder sterbenden Survivor. Also, mate. Wird meine Geschwindigkeit bei der Heilung und Rettung erhöht? Und, äh, Visionär. Ich sehe Generatoren. Kurz und knapp. Oh. KfK-Einer? Bist du eine AFK-Einer? Das ist nicht der Plan. Oh nein. Nein. Ich meine, Anna wäre jetzt nicht so schön, aber... AFK? Ist ja jetzt mal nicht so... toll. Denn es ist ja voll einfach mit der Adapt-Challenge. Oh, Mann, oh. Gut, vielleicht wird sie noch wach. Glaubt nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, die steht da hinten. Wollen wir mal gucken gehen? Ich glaube, die steht nicht da. Oder steht sie hier. Gut. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Action, wenn wir hier den Generator machen. Oh, was... Das ist halt jetzt... Öde. Das ist öde. Äh, ich habe mir das ein bisschen spannender vorgestellt. Ich werde die Challenge noch mal machen. Mit einem Killer, der auch anwesend ist. Okay? Weil das ist halt wirklich... zu einfach. Es ist halt keine Herausforderung. Es ist halt eine Herausforderung. Es ist ja denn, sie wird nach dem letzten Gen wach und hat nöt. Dann könnte es spaßig werden. Ich glaube, die rührt sich nicht. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Soll ich euch die Runde überhaupt zeigen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt raus. Äh, toll. Ich habe es geschafft, aber... Was war das für eine Runde? Nein. Ich mache die Challenge noch mal. Weil das ist selbst für mich nicht zufriedenstellend. Ich möchte gerne einen Killer haben, der da ist. Ja, wo ich vielleicht auch kämpfen muss, rauszukommen. Aber so ist es doch... Na gut, aber... Ich habe die Challenge geschafft. Adapt Challenge. Bestanden. Ich verabschiede mich auch direkt aus der Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was soll er geizt, ihr Lieben? Ich nehme direkt noch eine Runde auf. Und versuche noch mal die Adapt Challenge. Mit einem Killer, der auch anwesend ist. Bestenfalls. Ich erkläre die Talente jetzt nicht noch mal. Die habt ihr gerade gehört. Gerade erklärt bekommen. Und wir schauen mal. Es wäre schon schön, wenn wir es rausschaffen würden. So, als richtige Challenge. Ich bin übrigens die Obsession. Oh nein. Nein! Ich habe gesagt, der Killer soll aktiv sein. Aber doch kein Doktor. Okay, wir haben einen Generator an. Weg, Leute, weg, 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 weg. Das war nicht gut, Glödi. Du hast eine Taschenlampe. Hat nicht funktioniert. Wir haben einen Generator an. Dort hinten, der müsste auch... Joa, demnächst angehen. Der Killer ist halt noch hier. Der geht nicht richtig weg. Hinten der Jen müsste aber auch demnächst angehen. Nein, nicht beide wegrennen. Hallo, Herr Killer. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Geht nicht auf mich. Oh, ich dachte schon, ich werde weggetunneln. Drei Generatoren sind an. Los. Zwei noch. Schaut mal. Inruin. Gut zu wissen. Müssen wir... Da oben ist ein Totem, aber das leuchtet nicht. Müssen wir Angst haben vor nöt? Oder nicht so? Ich mach das mal hier weg. Nicht, dass das am Ende nöt wird. Weil das das letzte Totem ist, was wir da haben. Ja, klar. Okay. 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 Die Ausgänge sind beide da drüben an der Wand. Er müsste jetzt mal wen schlagen. Damit ich weiß, ob wir Nöte haben. Da ist ein Totem, das leuchtet aber nicht. Der war schon verletzt. Aber eigentlich würde es doch trotzdem anzeigen, wenn wir Nöte haben, oder? Sarah? Ja. Ich habe hier noch nicht gewettet. Äh, was wird denn das? Driede, hast du geliebt drauf? Oh, der Arme. Ich beschütze euch! Rennt raus, Leute! Ihr seid selber schuld, wenn ihr sterbt. Ah! Ja! Das war eine Adept-Challenge. Adept-Challenge. Adapt, Adapt. Gut, dass ich direkt noch eine Runde versucht habe. Hier war da ein bisschen Pepp drin. So, wie wir das haben wollen. Der arme Killer am Ende. Der arme, aber wir waren, also ich weiß nicht, ob die anderen eine SWF waren. Wir haben super zusammengespielt, muss ich sagen. Das war, wir haben, also, war eine gute Runde. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, und wir haben die Adapt-Challenge nochmal gemacht. Mit einem bisschen höheren Schwierigkeitsgrad. Ähm, ich hoffe also, jetzt mache ich wirklich den Abschluss des Videos. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bleibt gesund. Wir sehen uns sehr, sehr, sehr gern in der nächsten Folge wieder. Ähm, wenn es heißt, wir spielen ein bisschen Dead by Daylight. Bis dahin, äh, macht's gut. Tschüss! Musik